In der Wismarer Bucht liegt die romantische Ostseeinsel Pöhl. Im Hauptort Kirchdorf, direkt im Hafengelegen, finden Sie unser Restaurant Pöler Hafenpavillon. Vis-à-vis des Fähranlegers sind wir Ihre erste Adresse für Ihr leibliches Wohl. Auf unserer Terrasse mit Blick auf den idyllischen Hafen verfügen wir über 45 Plätze. Im Innenraum des Lokals haben wir weitere 45 Sitzmöglichkeiten. Gerne nehmen wir Reservierungen telefonisch entgegen. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Angebot an Speisen und Getränken. Ob alkoholfreie bzw. alkoholische Cocktails oder ein frisch gezapftes Bier. Erfrischung ist bei uns garantiert. Wählen Sie aus unserer abwechslungsreichen Palette von frischen Fischgerichten wie Aal, Dorschfilet, Scholle oder Zanderfilet. Wenn Ihnen der Sinn nicht nach Fisch steht, so bieten wir auch eine große Auswahl an Fleischgerichten. Natürlich bekommen Sie bei uns auch Kuchen- und Eisspezialitäten. Wann werden Sie unser Gast? Unser freundliches Team freut sich auf Sie! ! Musik 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 Musik